Der kleine Nils, was willst du denn? Kommt der Dennis zum Spielen raus? Da muss ich mal fragen. Dennis! Dennis Nils ist da, komm mal. Hallo Nils. Hallo Dennis. Was sollen wir denn spielen? Wir spielen, du hast einen ganz alten VW-Bus und wir bauen da einen neuen Motor ein. Oh ja, das ist ein schönes Spiel. Das machen wir. Tschüss Mama. Ja, tschüss Dennis. Es ist immer super, wenn Leute ihr Hobby leben. Und wenn das Hobby besteht aus Öl und Rost und Alteisen und Gummi und Schrauben und Bolzen, dann ist es für mich umso schöner. Da ist also der Dennis, den ich euch vorgestellt habe mit seinem T2A California Surfer Camper, super, super tolles Gerät. Mit dem Originalmotor allerdings ein bisschen, ich sag mal, schwach in der Bluse. Und auf der anderen Seite ist da der Jürgen Linse, Motoreinstandsetzer der Extraklasse. Und der Jürgen hat nun dem Dennis für seinen T2A einen richtig schönen Motor gebaut. Also den Rumpfmotor. Und der Dennis, der hat dann das gemacht, wovon alle Männer träumen. Er hat den Motor im Winter in aller Ruhe, mitten in seinem Haus, mitten unter seiner Familie, ganz in Ruhe zusammengebaut. Ein Traum. Und den Motor, den holen wir jetzt aus seinem Haus raus, befreien seine Frau von dem Anblick dieses Trümmers, bauen heute den alten Motor aus dem Bus aus und bauen den neuen Motor direkt in den Bus ein. Vorwetend zwei Jahre, Reload. Adund zwei Jahre, Reload. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020